So, was haben wir als nächstes? Röste alle Fähne in Kristallflug. Ähm. Ach, die drei Feuerwerke. Jetzt weiß ich auch, was damit gemeint ist. Ähm. Scheiße, wie hieß denn das Level? Äh, luftige Höhlen? Nee, Zauberberge. Ich reiß da mal hin, ich glaub, das war das. Aber das Problem ist... Da dürften da, glaub ich, keine mehr sein. Hm. Das ist natürlich jetzt problematisch. Und das ist sowieso nicht das richtige Level. Ähm. Dann machen wir erst mal die fünf... Ne, die Feen. In Kristallflug. Immer die falsche Taster. So, ich werd das dann einfach mal ganz normal durchfliegen und hoffe, dass ich alle Feen sehe. Vielleicht ist hier so ein Bogen, den ich brauche. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mit den Kisten da mache. Ich müsste das Spiel eigentlich nochmal von neuem beginnen, weil die Kisten halt nicht mehr da sind. Ach, haben wir schon. Ach, haben wir schon. Gut, dann... Ja, mit den Bögen geht das hier auch nicht. Das ist natürlich scheiße. Ähm. Aber dann gucken wir mal. Äh, fünf Leuchtpilze im Monstermacher. Machen wir das erstmal. Ich denke mal, es wird auch nur fünf Stück da geben. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen auf Suche gehen. Okay. Fünf Leuchtpilze. Das Gute ist, die leuchten. Müssen wir die nur finden. Äh. Da ist nix. Hier ist nix. Ich hätte jetzt eigentlich hier schon was vermutet, hier vorne. So, ich weiß, dass hier hinter eins war. Eins Pilz. Das ist nix. Vielleicht ist hier unten was. Nope. Ah. Ah, 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 ah. Haha. Gut. Zwei. Hätten wir schon mal. Die sind aber auch ziemlich gut versteckt, ne? Zwei. Das sind mir ein bisschen wenig bisher irgendwie. Nehmen wir jetzt drei. 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 Hier ist nix. Da oben sind auf jeden Fall noch welche. Dann hätten wir vier. Und ich gehe mal davon aus, dass oben um den Rundweg da noch was ist. Was? Oh, 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 oh. Was ist hier? Was ist denn dann hier oben irgendwo? Ah. Haha. Das müssen wir mal gucken. Dämonenköter werden sie in großer Form sind. In der Dark Passage. Auf jeden Fall. Ich drücke immer die falsche Taste. Ähm. So. Drei Stück töten. Nicht hintereinander. Einfach nur während sie in großer Form sind. Die kriegen wir nicht groß. Den kriegen wir auch nicht. Den lassen wir mal so, wie er ist. Da haben wir noch einen großen. Böse Hunde. Haben wir jetzt auch. So, was fehlt noch? Die Nork-Bucht abschließen, ohne Ratten zu schaden. Nork-Bucht. Da rennen wir jetzt einfach durch. Und hoffentlich überrennen wir keine Ratte. Ich versuche auch einfach mal, niemanden zu töten. Wird jetzt vielleicht auch ein bisschen lustig. Ähm. Weil wir nur eine grüne Sparks haben. Moment. Nee, kommen wir nicht hoch. Schade. Schade. Ja. Sparks. Das muss sie jetzt sein. Ich muss jetzt ein bisschen auch nochmal sicher gehen. Ich hoffe, da hinten ist keine Ratte. Sieht nicht so aus. Also hier fliegt mal kein Schmetterling rum. Wenn hier jetzt keine rumlaufen, sollten wir eigentlich safe sein. Wääh. Stimmt ja. Zweimal. Da war ja was. Ja. Ratastisch. Was haben wir noch? Zerstör sechs Zahnräder in den Hafen der Dämmerung. Okay, hier ist schon mal nix. Haben wir das auch mal gesehen. Sonst würde ich ja immer runter ins Wasser gebämmst oder so. Zahnräder. Problem ist, sie können natürlich überall sein, ne? Ich weiß auch nicht, wie man die zerstören muss. Gegenlaufen, abfackeln. Ich hab jetzt hier noch keins gesehen. Ich weiß, dass bei der Brücke vorne eins war. Vielleicht sind die ja nur da vorne in dem Bereich verteilt. Äh. Oder ich bin einfach blind, also ich seh's nicht. Da ist eins. Nummer eins. Das war sehr gut versteckt. Finde ich nicht gut. Ich dachte eigentlich, die würden schön glänzen irgendwie. Gold. 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 Eins haben wir. Sag ich was, dass hier irgendwo war eins. War doch irgendwo eins. Ich glaube, hier ist total doof. Also ich kann mir vorstellen, dass da oben in diesen Einbuchtungen, dass da irgendwie was ist. Das ist nur von diesen Dingern da unten. Hier ist nix. Da kommt man nicht hin. Nee. Wo hab ich denn so ein Ding gesehen? Das war richtig glänzend. Frage ist, ist das eine jetzt noch da? Oder muss ich das wiederholen? Nee, ist das eine noch wieder weg? Ach scheiße, das ist wieder da. Halt die Fresse, du Ficker. Ich geh nicht auf die Eier. Auf die anderen Probleme. Sind die jetzt nur so immer hingestellt oder können die auch auf dem Boden liegen? Da oben ist auf jeden Fall noch eins. Das wäre dann unser zweites von fünf. Eins weiß ich, dass das sehr offensichtlich Gold war. Oder ich hab voll den... Da war noch eins gerade an der Seite. Habe ich gesehen. Ja. Ist aber schwarz, ne? Hier ist unser drittes. Oder? Da ist noch eins. Oho. Wenn das jetzt das vierte war, wäre mir sehr unsicher. Es kann aber sein, dass das... Scheiße, ey. Ah. Muss ich das eine schon wiederholen? Ich glaube ich jedenfalls mal. Ich guck mal. Vielleicht ist es ja gespeichert, aber ich gehe mal nicht davon aus. Natürlich nicht. Warum auch? So, eins haben wir. So, eins haben wir. Da kann ich mich doch vertan, ne? Boah, der dumme Hurensohn geht mir so aufs Ei, ne? Der kann mich mal richtig fett am Arsch lecken. Jedes Mal die gleiche Kacke, weil man da so zurückgeschleudert wird. Ich guck mal, 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 ich Wo war das denn? War das hier? War doch hier irgendwo. Da. Eins. Das andere habe ich ja noch nicht geholt. Ist aber auch schwer zu sehen, muss ich echt sagen. Eins. Zwei. Drei. Zwei. 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 Mit dem da vorne hätte ich dann vier. Da fehlt halt eins, ne? Geh trotzdem nochmal hier oben hin. Geh, das ist richtig schön, das ist richtig gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier erst anfängt. Da müsste vorne noch irgendwo eins sein. Vielleicht ist ja hier an der Rückseite irgendwas. Aber das ist schon böse. Das ist schon sehr böse. Aber jetzt weiß ich ja, wo sie alle sind. So, holen wir erst mal... Holen wir erst hier vorne das eine, weil da werde ich wahrscheinlich Probleme haben, da hochzukommen. Oder auch nicht. Ja, ist weg. Das ist... Das ist... Ja. Hatte ich aber schon ein richtiges Gefühl gehabt, dass das nicht sein kann, dass das erst hier vorne anfängt irgendwie. So. Da haben wir eins. Aber das eine, was ich da im Kopf gehabt habe, ich weiß nicht, was ich mir da eingewöhnt habe. Keine Ahnung. Also zwei haben wir jetzt, ne? Drei. Vier. So, und jetzt nicht ins Wasser fallen. Fünf. Warum kriege ich keine Prophäe? Sechs. Oh, ne, ne? Ja, dann ist wahrscheinlich vorne ganz am Anfang noch was. Warum sind das denn jetzt auf einmal sechs? Das haben die gerade geändert. Jetzt falle ich doch mal ins Wasser, ich sag's euch, und dann habe ich übelst den Hals. Warum habe ich denn fünf die ganze Zeit im Kopf gehabt? Was ist das denn? Ja. Ich sag mal, wenn es hier nicht ist, dann ist es da, wo wir mit dem Supersprint hin müssen. Ach man, warum ist das so kompliziert? Das ist bestimmt irgendwo in so einer coole, ich dachte grad schon, dass das da oben unter der dicke wäre. Ich geh nochmal hier lang. Ich denke mal, Sparks wird uns da auch nicht helfen können. Ich glaube, ich werde euch mal rausschneiden, bis ich es gefunden habe. Okay. Cool. Da war's. So. Was mich antreibt. Da haben wir die Trophäe. So. Was haben wir denn noch? Ähm. Ja, Narsinog fünf Runden rennen. Und da muss ich mal gucken, was wir hier mit den anderen jetzt machen. Ähm. Dann werden wir mal uns bei Narsinog wiedersehen. So. Ich werde das Ganze jetzt mal für euch beschleunigen. Fünf Runden sind doch sehr lang. Ich werde das Ganze jetzt mal sehen. Ich werde das Ganze mal sehen. Gut. Dann werde ich mich jetzt mal über die anderen Trophäen informieren. So. Der Bogen, ne? Das ist nicht so ein Bogen. Das ist hier so ein Brückenbogen. Das ist... Ja, scheiß übersetzt kann man nicht sagen. Weil im Englischen steht halt auch nur arg, ne? Oh. Spyro. Sei doch nicht so doof. Yay. Gut. Ähm. Nächste Trophäe. Welche war das denn? Moment. Stürme gegen ein Geier. Die funktioniert nur in Dry Canyon. Warum auch immer. Also... Ich hatte nichts falsch gemacht. Die funktioniert halt nur in einem bestimmten Level. Ja. So. Wo haben wir... unseren ersten Vogel, den wir kaputt machen können. Da. Da haben wir die Trophäe. Und die letzten Trophäe. Wir müssen dafür das Spiel zum Glück nicht neu anfangen. Also was heißt zum Glück? Also für die eine Trophäe zum Glück nicht neu anfangen. Ähm. Denn das können wir in Terrassen... ...Stadt. Oder wie das heißt. Hochlanddorf? Terrace Village. Hochlanddorf. Ja, wahrscheinlich. Können wir da holen. Denn... Äh. Also sagen wir mal so, am einfachsten holen stand da. Ähm. Denn... Denn... Die Raketen tun zwar Respawn. Die Kisten aber nicht. Aber das ist nicht schlimm, weil wir sollen nur die Raketen... Abmachen. Abmachen. Ähm. Und ich dachte eigentlich, dass das diese Raketen Kisten sind. Deswegen hatte ich da sowieso... Hätte ich sowieso für neu anfangen müssen. Und dann wäre rausgekommen... Äh, nee, musst du gar nicht. Dann hätte ich mich doch ein bisschen geärgert. So. Dann seid ihr euch alle egal. Müssen wir dann halt nur... Innerhalb von... 15 Sekunden... Ach, hier ist eine Treppe. Innerhalb von 15 Sekunden... Oh. Haben wir die Animation auch mal gesehen? Äh. So, wir müssen irgendwie hoch auf jeden Fall. Weck' nicht alle. Och. Bin tot. Gut. Fangen wir ganz am Anfang an, weil ich nicht über eine Plattform gelaufen bin? Nee. Nee. Zum Glück nicht. Ja, ist okay. Ist okay. Okay. Ähm. Ah, doof, Julia. Jetzt muss ich da wieder hoch. Weil ich doof war. Ja. Na. Wir kriegen dat noch hin heute. Mache ich das hier überhaupt richtig? Ja. Ja. Hier geht's nämlich hoch. Das hat mir auch damals... Im Original... Hat das auch ganz lange gedauert, bis ich gecheckt hab, dass man hier hoch kann. So, da sind nämlich die Rakatis. Hier ist eine. Da ist eine. Und da unten ist eine. Und das müssen wir jetzt innerhalb von 15 Sekunden... Oh, Gott sei Dank. Und wir haben die Platin-Trophäe-Nazis-Untergang. Und damit wäre meine Platin-Challenge fertig. Ich musste zwar... Ein bisschen nachgucken. Aber... Ja. Das mit den Bögen war halt scheiße geschrieben irgendwie. Also ich wäre nicht darauf gekommen, dann das an einem Bogen... Also an einem Brückenbogen zu machen. Gut. Ähm. Ja. Dann hoffe ich, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Und dass wir uns bei meinem nächsten Let's Play, nämlich Spyro 2, nicht Gateway to Glimmer, sondern Ripto's... Irgendwas mit Ripto's. Keine Ahnung. Gateway to Glimmer. Sehen wir uns dann wieder. Hoffentlich. Tschüss. Was ist das? Pzechen. I'm elie. Vielen Dank.